Bei der burgenländischen Weinprämierung erhielt dieser österreichische Chardonnay die begehrte Silbermedaille. Besonders seine exzellente Restsüße wird Sie begeistern. Lassen Sie sich von einem Duftcocktail aus Honigmelone, Aprikose und Eukalyptus verführen. Einfach himmlisch, die Aromen von weißem Pfirsich und von Honig. Der Weißwein ist ideal geeignet, um leichte Süßspeisen oder frische Früchte zu begleiten. Zum Wohl! Untertitelung des ZDF für funk, 2017